Die kaufen wir. Hi. Superwahl. Hier ist das Geld. Danke. Nicht jeder kann so hübsch sein wie du, Barbie. Redet ihr mit der Puppe? Danke. Ah, verstehe. Er mag Puppen. Wenn wir uns in Puppen verwandeln, wird er nicht wieder stehen können. Super Idee. Ich bin nicht mehr verrückt nach Wednesday. Ich will eine LOL. Gib mir meine LOL-Puppe zurück. Ich will nicht Wednesday sein. Oh, doch. Wir müssen es schaffen, bevor der Laden schließt. Ich brauche das richtige Outfit. Nein. Nein. Das sollte reichen. Jetzt habe ich ein farbelhaftes rosa Kleid. Öffne. Magst du es? Nee. Du kannst den Schrott behalten. Mein Outfit wird einmalig sein. Ich würde gerne eine Bestellung aufgeben. Ich werde es anprobieren. Ich werde es anprobieren. Und? Wie sieht das aus? Ich liebe es auch. Wie bekomme ich so ein Outfit? Willst du es anprobieren? Nee. Das geht nicht. Okay. Versuchen wir es mal so. Nein. Immer noch nicht. Was sagst du jetzt? Einwandfrei. Finde ich ja auch. Wir müssen uns beeilen. Wir sind beide süß. Ich habe die Schuhe vergessen. Wo kann ich solche Absatzschuhe finden? Mal sehen, was hier drin ist. Die sind zu rot. Die sind super. Wir sind bereit. Ich muss nicht lange überlegen. Hier sind meine Schuhe. Sie sind ein echtes Meisterwerk. Da hast du dich also versteckt. Meine Stiefel sind so stylisch. Hab ich recht? Oh ja. Eine Spinne. Barbie, sieh dir den mal an. Ist der nicht der süßeste Kerl überhaupt? Ist dein Arm gebrochen? Colin, hilf mir. Gute Idee. Komm. Würdest du die Puppe reparieren? Ihr Arm ist kaputt. Oh nein. Ich kümmere mich darum. Unsere Puppen sind auch kaputt. Was für eine Katastrophe. Hier sind eure Puppen. Passt gut auf sie auf. Danke, Colin. Er hat ein Herz aus Stein. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen etwas unternehmen. Schnappt euch eure Pyjamas. Und zieht euch um. Wahnsinn. Jetzt lasst uns mit dem Makeover beginnen. Es wird Zeit, dass wir diese fiesen Pickel loswerden. Und für Unreinheiten gibt es Pads, die helfen. Ich bin bereit. Bye, bye, Augenbraue. Ich hab's geschafft. Gut, jetzt bin ich dran. Wachsstreifen. Lasst mich nicht im Stich. Zeit, die überflüssigen Haare loszuwerden. Sehr gut. Nasenstreifen. Weg damit. Super. Das gefällt mir. Umwerfend. Als nächstes müssen wir uns um unsere Haut kümmern. Ich hab ein Serum. Und jetzt massiere ich es ein. Ich hab ein Massagegerät. Ich trage eine Feuchtigkeitsspäden mit Pflege auf. Mein Massagegerät ist super. Bereitet eure Gesichtsmasken vor. Hier ist meine. Und meine. Warum ist meine die kleinste? Du siehst fabelhaft aus. Sieh dir Daphne an. Wir sehen super aus, Mädels. Und noch ein Peeling für die Lippen. Meine Lippen könnten etwas mehr Volumen vertragen. Ich nehm einfach mein Lieblingslippenbeisam. Augenpads. Ich hab eine Augenmaske. Ich hab eine Super-Schotenmaske. Ich hab eine Super-Schotenmaske. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Schneller. Ich brauch einen Moment. Und noch der letzte Schliff. Das Make-up ist dran. Die Augenfarbe ändern. Schöne blaue Augen. Ich style meine Augenbrauen mit Gel. Und trag die Grundierung auf. Concealer. Erledigt. Und etwas Gesichtspuder. Die Wangenknochenbeton. Das Augen-Make-up ist der schwierigste Teil. Eyeliner. Wimpern. Straßsteine. Wie sehe ich aus? Umwerfend. Das sind doch nur Kontaktlinsen. Und ich werde meine Lippen zum Strahlen bringen. Fertig. Wir sind noch nicht fertig. Los, kommt. Für jede von uns gibt es eine perfekte Perücke. Ich stecke meine Haare mit Stecknadeln hoch. Und ich setze ein spezielles Haarnetz auf. Die Perücke passt wie angegossen. Als nächstes die Outfits. Wir sind bereit. Was machst du da? Das ist nur Haarglitzer. Danke. Wir müssen los. Oh, diese Badebombe ist so süß. Ich würde gerne baden gehen. Aber die Uhr tickt. Ich muss mich beeilen. Wir sehen genau gleich aus. Naja, aber ich brauche noch Accessoires. Ich kümmere mich sofort darum. Ich befestige die Kette. Jetzt habe ich eine schicke Brille. Ich brauche auch noch einen Anhänger. Und auch Ohrringe. Und eine Handtasche. Danke für den Tipp. Ich muss los. Ashley, wo hast du deine Accessoires her? Oh, ich habe auch ein Geschenk für euch. Hier sind Kisten. Macht eure Accessoires selbst. Und ich muss jetzt los. Cool. Ich kann ein Kopfband machen. Und ich werde eine Tischschleife machen. Wo ist Ashley? Sie hat uns reingelegt. Ich bin endlich soweit. Wir sehen atemberaubend aus. Das Problem ist, dass Ashley vor uns da ist. Hey, Colin. Wir haben es geschafft. Hi. Unglaublich. Die sehen besser aus als die echten Puppen. Die ganze Kollektion ist hier. Hey. Lass uns raus. Ich werde nicht hierbleiben. Hm. Hört auf zu flennen. Ich bringe uns hier raus. Kommt mit. Wir werden nie Freunde haben. Ich hasse diese Jungs. All diese Elemente sind komplett erfunden. Und mit Photoshop bearbeitet. So werden wir nie aussehen. Halt, warte. Das ist genial. Wir können auch so hübsch sein. Du wirst schon sehen. Roxy. Von mir aus? Hört sich super an. Dann lasst uns mit dem Makeover anfangen. Ja? Ja. An die Arbeit. Ich habe aber kein Make-up. Nein. Euer Make-up wird mir auch nicht helfen. Ich habe total viele Pickel. Ich habe eine super Idee. Ich sehe keine Pickel mehr. Ich benutze Reinigungsschaum. Eine sanfte Pflege. Und ich drücke sie aus. Und ich benutze unsichtbare Pflaster. Das dauert etwas. Der Pickel wird zusammen mit dem Pflaster verschwinden. Mir wird dein natürliches Mittel helfen. Aloe-Saft. Schneide das Blatt auf. Und entferne das Fruchtfleisch. Ich trage den Saft auf mein Gesicht auf. Sieh mal. Aloe-Gel? Das ist so altmodisch. Hey, alte Lady. Was? Wenigstens ist das natürlich. Seht mal. Die Pickel sind weg. Sie sehen jetzt viel frischer aus. Wir brauchen eine Körperlotion. Und Körpermasken. Hey, wo ist Ashley? Puh. Ich bin bereit. Hey, Colin. Was gibt's Neues bei dir? Hi. Ich hab eine Aufgabe für dich. Hier sind meine Hausaufgaben. Colin, warte. Warum ist er so gemein zu mir? Bleib ruhig, Ashley. Es war noch zu früh. Unser Makeover ist noch nicht vorbei. Setz dich. Wir kümmern uns um deine Haare. Du bekommst ein Eisbad. Was? Nein. Oh, doch. Tau rein. Und? Was sagst du? Das hat gut getan. Ein Gesichtspeeling ist auch super wichtig. Gesichtspeeling ist meine natürliche Waffe. Weich und glatt. Alles nur nicht das. Für deinen Schwarm. Komm schon. Tu es. Gut. Ich schaff das. Augenpads für frische Augen. Pads für einen zärtlichen Kuss. Es wird Zeit, Tschüss zu deinem überflüssigen Augenbrauen zu sagen. Ich bin zu ängstlich. Schau mal. Da sind sie. Grundierung. Und mein Concealer wird meine Schatten verdecken. Hey, nicht gucken. Gesichtspuder ist so leicht wie Luft. Wir werden gleich richtig strahlen. Und die Lippen. Das Make-up ist fast fertig. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Farbe. Mädels, seid ihr bereit? Oh nein. Nur noch eine Sekunde. Ich greife auf Magie zurück. Ich bin auch bereit. Jetzt können wir zu den Jungs gehen. Ich bin so nervös. Weg da. Ich gehe. Er ist da. Ich werde nicht gehen. Hä? Hör auf an deinen Nägeln zu kauen. Was ist mit deiner Maniküre? Das ist ein Albtraum. Du brauchst einen Nageleingriff. Los, schnell. Setz dich hin. Das ist eine Badebombe. Die wird dir helfen. Die wird dir helfen. Taucht eure Finger ein, Lady. Oh, wie schön. Ein Handbad. Das fühlt sich so gut an. Meine Nagelhaut freut sich. Als nächstes nutzen wir ein Handpeeling. Ich kann hören, wie meine Haut danke sagt. Und jetzt kommen feuchtigkeitsschwendende Handschuhe dran. Das ist das Beste, was meinen Händen je passiert ist. Sehr schön. Jetzt lackieren wir die Nägel. Seht euch diese leuchtende Farbe an. Deine Nägel sind heiß. Vorsicht, verbrenn mich nicht. Jetzt haben wir die süßesten Nägel. Oh, was ist mit unseren Klamotten? Wir müssen uns sofort darum kümmern. Mädels, sucht eure Outfits aus. Nichts ist gut genug. Ich habe nichts zum Anziehen. Ich habe eine Idee. Dieses Outfit könnte ich im Ofen aufwärmen. Ja, das war's. Wow. Das ist so heiß und stylisch. Oh nein. Ein Fleck. Den muss ich rauskriegen. Na schön. Hier ist mein Zauberwaschmittel. Oh. Was ist denn mit meinen Sachen passiert? Ah. Wow. Jetzt sehe ich aus wie ein Wasserfall. Nein. Nein. Mir gefällt nichts davon. Warum habe ich nicht die richtigen Klamotten? Wow. Das ist wirklich gut. Jeder hat schon ein Outfit. Nur ich nicht. Nicht Weinerde. Hier sind deine Lieblingsblumen. Du bist so hübsch. Was? Waldzauber. Es hat geklappt. Mädels, schaut mal. Wir haben es geschafft. Unser Makeover war ein Erfolg. Elemente. Seid ihr bereit, jeden zu beeindrucken? Wow. Die sind aber cool. Oh wow. Ich will so sein wie sie. Warte. Was für ein toller Look. Hey Mädels. Habt ihr Lust auf ein Date? Auf ein Date schon. Aber nicht mit euch. Bye Loser. Wo wollt ihr denn hin? Wir müssen in diese Richtung gehen. Nein. Da geht es lang. Nein. Wir gehen geradeaus. Wir sind da. Wow. Und wie geht es jetzt weiter? Lasst uns unsere Magie einsetzen. Elementkraft. Hilf uns. Mach auf. Wahnsinn. Das sind Edelsteine. Warte. Jeder bekommt einen. Eins Maragd für mich. Hier. Wow. 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 Ich habe eine neue Superkraft. Das ist unglaublich. Ich bin dran. Ein Diamant für dich. Ah. Ich werde meine Kraft testen. Ich will auch rein. Du bekommst dein Safir. Feuer. Was ist mit dir? Mein Rubin hat sich in Kohle verwandelt. Teste deine neue Superkraft. Ich versuch's mal. Ups. Ah. Ist das heiß. Wir müssen rausfinden, was mit deiner Magie los ist. Ich will nicht. Der Arzt wird dich untersuchen. Mal sehen. Wir müssen nur noch warten. Das wollte ich nicht. Raus hier. Als nächstes Mal rufe ich die Polizei. Es war ein Unfall. Meine Magie. Hey. Keine Sorge. Ist schon okay. Er hat einen Zwilling. Ich hab's geahnt. Wasser. Bitte. Gieß die Pflanze. Danke. Jederzeit. Was? Noch eine Pflanze. Du bist so nett. So kann ich nicht lesen. Die Pflanzen brauchen dich. Bitte. Ich weiß, was du brauchst. Etwas darf viel Kraft. Mal deine Flasche an. Schneide Klebesticks zurecht, um Kristalle zu formen. Verzielt mit ihnen die Flasche. Und malt sie mit Acrylfarbe an. Fügt Glitzer und Muscheln hinzu. Und fertig ist die Flasche. Jetzt hast du genug Wasser. Meine Pflanzen sind von jetzt an versorgt. Wow. Kann ich auch eine haben? Klar. Erst das Geld. Ah. Okay. Das ist alles, was ich hab. Coole Flasche. Wow. Ich bin reich. Bist du wieder da? Das wird langsam nervig. Verschwinde. Es reicht. Noch ein paar Blätter. Dann bin ich fertig. Ich liebe Schaukeln. Eine Schaukel. Erde. Jetzt bin ich dran. Wow. Das macht Spaß. Schöne Schaukel. Darf ich auch mal? Klar. Wow. Es ist so luftig. Oh. Lass mich auch mal schaukeln. Wie nett von dir. Ah, ist das heiß. Lass uns das nehmen. Das ist besser. Wir nehmen einfach alles. Hi. Wir nehmen das. Das und das. Baudeme Karte. Ich hab Edelsteine. Das sollte reichen. Wow. Ich bin reich. Danke. Schönen Tag noch. Edelstein-Mädchen. Ihr bekommt bald Besuch von mir. Hier sind sie. Eine reicht mir, um reich zu werden. Wer ist da? Ich bin's. Ihr könnt sie zurückhaben. Sie hat mein halbes Haus verbrannt. Stimmt das? Ich hab's nicht mit Absicht getan. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich tun? Sie braucht Hilfe. Schneidet Fünfecke aus Plastikkappen aus. Bedeckt sie mit holographischer Folie und formt daraus 3D-Figuren. Nehmt deine Angelschnur. Nehmt deine Angelschnur und befestigt die Schnur in einem Rang. Fügt deine Gelande hinzu. Einen Haufen Federn. Fizit ist mit Kristalln und Federn. Ein süßes Traum, Mobile. Wie schlafe ich am besten ein? Ich werde ganz müde. Gute Nacht. Oh nein. Hey, beruhig dich. Ich kann aber nicht. Erde schläft schon. Ich hab ne Idee. Super. Feuer schläft auch. Wasser. Keine Musik. Hey. Es ist Schlattenszeit. Rock-a-bye, Baby. Rock-a-bye. Süße Träume. Alle schlafen. Jetzt bin ich dran. Oh nein. Ist das schon morgen? Ich will ein Experiment machen. Ich lege ein Smaragd ins Wasser. Tada. Mein exklusives Getränk ist fertig. Ich werde es auch versuchen. Es hat geklappt. Ich bin dran. Ich gebe ein Rubin ins Wasser. Luft, was ist mit deinem Edelstein? Ich habe einen Diamanten. Mal sehen, was passiert. Nichts. Es ist nur Wasser. Es ist nur Wasser. Wer ist da? Das Getränk gehört jetzt mir. Ich werde es auch versuchen. Ich werde es auch versuchen. Sieht lecker aus. Mein Rubin. Mein Getränk. Wo ist es? Wer hat mein Getränk getrunken? Keine Ahnung. Luft. Echel doch mal. Nee. Moment. Gut. Das warst du. Wenn das so ist, nehme ich dein Getränk. Das ist fair. Ich glaube, ich habe alles richtig angeschlossen. Wasser. Könntest du ein Foto von mir mit der neuen Dusche machen? Klar. Lächeln. Wow. Das ist echt cool. Das ist aber süß. So ein Fotoshooting würde ich auch gerne machen. Zieh dich einfach um. Schau an die Kamera. Und lächeln. Sehr schön. Erde ist als nächstes dran. Super. Feier. Sehr schön. Das Fotoshooting war etwas Besonderes. Seht mal. Wir sind nicht von dieser Welt. Fertig. Oh nein. Wind. Was für ein schöner Tag. Schon wieder. Meine Haare sehen furchtbar aus. Feuer. Sushi-Reunus scharfe Soße sind eine tolle Kombi. Ich brauche nur Stäbchen. Etwas Fimo und Magie. Überzieht dein Stäbchen mit Fimo. Und dein Baum. Backt ihn nach der Anleitung. Benutzt danach Acrylfarbe. Und verziert es mit Steinen und Moos. Bada bing. So, ich bin fertig. Da waren noch zwei Stäbchen. Erde. Hast du das andere Stäbchen gesehen? Äh, nee. Das ist ja komisch. Ein bisschen Erdmagie. Und ich habe eine unglaubliche Haarspange. Und ich werde eine Perlenkette machen. Das war schon immer ein Traum von mir. Feuermagie. Zeig dich. Was ist das? Mehl? Mehl ist nicht zum Fetzchen geeignet. Ich werde es noch mal versuchen. Eine Kirsche? Ich verstehe das nicht. Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Schokolade? Oh. Die Arme. Und wenn du alle Zutaten kreativ einsetzt? Ein leckerer Kuchen. Siehst du? Sieht lecker aus. Ich bin am Verhungern. Feuer. Kriege ich ein Stück ab? Klar. Aber dafür gibst du mir deine Verzierungen. Von mir aus. Die ganze Deko gehört mir. Gebt mir eure ganzen Verzierungen. Lecker. Mh. Schmeckt so gut. Eine neue Kraft ist so nützlich. Beeilt euch. Damit wir nichts verpassen. Vier Edelsteine werden gesucht. Was machen wir? Was man mit diesen Federn alles anstellen kann. Jemand ist auf der Suche nach unseren Edelsteinen. Wir müssen sie zurückgeben. Das ist keine gute Idee. Okay. Klopf, klopf. Mach auf. Wer ist da? Hey. Wir haben die Edelsteine mitgebracht. Wow. Ich bin euch etwas schuldig. Und was kommt jetzt? Das ist für euch. Passt auf euch auf. Edelsteine. Und was machen wir jetzt? Mach auf. Wow. Wow. So viel Geld. Ich glaube, das können wir eines Tages gebrauchen. Feuer. Teste jetzt deine Magie. Sicher. Feuerkraft. Ja. Wir sind wieder normal. Unsere magischen Kräfte sind wieder in Ordnung. Und wir sind alle zusammen. Das ist so schön. Die Elemente sind vereint. Die Elemente sind vereint. Und wir sind alle zusammen.